Musik Sein letztes Konzert in Balwe gab Dirigent Martin Theile des Musikvereins Lichtringhausen am Seniorenheim St. Johannes. Er sucht eine neue Herausforderung. Auch zukünftig bleibt der MV Lichtringhausen Festmusik beim Schützenfest. So gaben die Musiker um Martin Theile noch einmal richtig Gas. Sie begeisterten die Senioren und Leiter Franz Josef Rademacher bedankte sich für das Platzkonzert. Anschließend ging es noch zum Kirchplatz, um der Toten zu gedenken. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.